heute ist der dach heute ist es soweit wir stellen euch unsere neue navigation unser neues navigationsgerät vor dass wir jetzt schon seit sechs monaten in betrieb haben und es hat verschiedene gründe dass das ein bisschen länger gedauert hat da kommen dann später noch darauf zurück aber das wichtigste ist hier ist unser kennwort dnx 451 rvs das ist die beschreibung dazu das ist das gerät und gleich geht's los also das gerät hat verschiedene komponenten bei einem navigationsgerät ist sind drei punkte wichtig das ist einmal der radio teil das ist die navigation und es ist die rückfahrkamera darüber hinaus bietet das gerät natürlich auch die möglichkeit cds abzuspielen es bietet auch die möglichkeit einen stick anzuschließen damit man da musik abspielen kann und natürlich hat auch eine bluetooth einrichtung mit der man telefonieren kann so sieht der bildschirm aus und ich möchte beginnen erst mal mit der navigation man drückt hier auf navigation und da sieht man schon wir haben noch eine strecke von 132 kilometer vor uns und es ist stau angesagt wenn kein stau angesagt ist dann ist erscheint das ganze grün wir stehen jetzt hier auf dem parkplatz und er weiß nicht wir wie unser wohnmobil hier zugelassen ist deswegen dieses symbol wenn man die rute beenden will das machen wir jetzt mal dann drücke ich einfach hier drauf und schon ist die rute vorbei da sieht man jetzt auch da ist das zeichen jetzt grün geworden also da ist kein stau in unmittelbarer nähe möchte ich eine neue route eingeben dann geht es hier ruck zuck zieleingabe gehen wir als adresse ein stadt konstanz konstanz und dann bahnhof bahnhoffsplatz so und nummer 14 fertig und man sieht schon das geht los und es geht alles ruck zuck berechnung also das ist jetzt die berechnung einer strecke die weit über 300 kilometer entfernt ist um so kürzer die strecke ist um so schneller geht es natürlich berücksichtigt jetzt auch gleichzeitig verkehrsstörungen unter 7 351 kilometer und zeigt auch schon an wie die gesamtverzögerung ist das sind also die vorteile dieses navigationsgerätes wir haben da auch einige komponenten die man euch noch zusätzlich zeigen möchten die vorteile bei dem navigationsgeräte sind es ist eine original karmin navigationssoftware wir haben da schon mal ein video drüber gedreht hier ist es jetzt speziell diese karmin navigationssoftware für wohnmobile und ich muss auch sagen dass immer beim ersten punkt es funktioniert sehr gut wenn ich eingebe dass das fahrzeug 4,5 tonnen schwer ist und ich gerade auf eine straße die 3,5 tonnen zulässt dann werde ich sofort gewandt und zwar ziemlich intensiv so dass ich extra die weitere navigation freigeben muss ansonsten würde er damit aufhören und mich woanders hin leiden nächster punkt ist dann zusatzinformationen wie zb seit wind oder spezielle wie starkes gefälle solche dinge zeigt diese karmin software auch an ich blende da mal ein etwas ein man kann das ganze auch etwas einschränken im menü und man kann es natürlich auch etwas erweitern wie zb auch eine scharfe kurve zeigt auch an mancher bild ist mancher bild ist nicht man kann es auch wieder etwas reduzieren was für mich immer ganz hilfreich ist das ist dann auch die anzeige wenn ich die geschwindigkeit überschreite das funktioniert sehr gut er zeigt also erst mal an wie schnell ein wohnmobil fahren darf selbst als er auf der autobahn wenn unbegrenzte geschwindigkeit für bkws zulässig ist zeigt er mit wohnmobil symbol tempo 100 an auf der landstraße entsprechend tempo 80 und wenn man diese geschwindigkeit überschreitet dann wird die anzeige rot man kann auch einen warnton einstellen dass ich natürlich sein lasse das brauche ich nicht eine stärke der kami navigation und das trifft natürlich somit auch auf dieses kenwood gerät zu eine stärke ist die beschilderung oder wie man geleitet wird bei einer ausfahrt das sieht wunderbar aus weil man die schilder hat die schilder werden angezeigt wie sie dann auch real sind meines erachtens ein ganz stärker vorteil wir fahren meistens mit zwei navigations geräten nämlich einmal haben wir das tomtom was ein mobiles navigations gerät ist und dann dieses fest eingebaute kenwood es werden uns unterschiedliche routen angezeigt aber ich kann nicht sagen dass die rute vom garmin besser oder schlechter ist wir haben schon situationen erlebt wo wir uns geärgert haben dass man nach dem tomtom gefahren sind weil die karmin eine anderen vorschlag gemacht hat und der wäre sicherlich besser gewesen aber umgekehrt was auch der fall also die software ist gut und es gibt immer zwei möglichkeiten zu fahren es ist dann einmal so und einmal so also wie gesagt wir haben beide seiten schon erlebt das gerät das wir ursprünglich drinnen gehabt haben das ist es zähne aber auch schon zwei videos davon gedreht hatte eine große schwäche wenn das sonnenlicht drauf gefallen ist hat man gar nichts mehr gesehen natürlich ist es immer problematisch wenn sonnenlicht einfällt von der seite auf ein gerät mit display dass dann die ansicht darunter leidet aber wie wird es in der kleinen sequenz hier einspielen sieht man dass das hier beim kenwood gerät gut kompensiert wird so dass das gerät in jeder situation ablesbar bleibt halten wir für einen sehr großen vorteil zum display des display lässt sich in verschiedenen varianten anzeigen also es gibt verschiedene möglichkeiten sich das anzuzeigen zu lassen detailgrad weniger so wie ich euch gezeigt habe man kann hier verschiedene mögliche mal verschiedene möglichkeiten sich das menü anzeigen zu lassen es lässt sich unten ein breiter rand machen was empfehlenswert ist meines erachtens das ist diese form wie sie hier eingestellt habe dass sie das hier jetzt wieder bei der navigation ich mache dann zusätzlich noch eins dass ich hier auf zweimal minus drückt dann habe ich nämlich einen weit größeren anschluss angezeigt als wenn das hier so klein ist man kann das ganze noch viel weiter runter zoomen das sieht es hier und natürlich kann man es auch rein zoomen aber das ist vom grundsatz her nicht notwendig denn dieses gerät hat auto zoom das heißt wenn ich an eine kreuzung komme oder wenn ich abbiegen muss dann zum der automatisch egal in welcher einstellung ich das ganze habe zum der automatisch an die kreuzung hin so dass ich sehe welche fahrspur ich nehmen muss beziehungsweise wann die man die kurve erreicht ist die ich zu fahren habe also zum thema navigation was ich jetzt hier mit abschließen möchte muss ich sagen es ist die gami navigation eine hervorragende navigation die meisten fest verbauten geräte haben das gleiche ich habe mir mal sagen lassen von einem ungarischen hersteller das kenwood gerät hat eine gami navigation und die funktioniert sehr gut und darüber hinaus ist es vielfältig einsetzbar die große stärke liegt an dem touchscreen der also sehr berührungsempfindlich ist der ohne probleme reagiert und es ist sehr schnell das ziel eingegeben und wenn man es will und das machen wir jetzt hier auch wieder gelöscht so schon ist vorbei so das war jetzt erstmal navigation und als nächstes kommen wir dann zum radio und hier natürlich speziell zu dhb das ist digitales radio was ja mittlerweile weit verbreitet ist was aber sehr viel kritik weil es nicht so optimal funktioniert und da gibt es einiges bei diesem gerät bei diesem kenwood gerät dazu zu sagen digitales radio heißt empfang in ganz deutschland aber nicht von jedem sender es gibt nur wenige sender die man in ganz deutschland empfangen kann aber in ganz baden württemberg kann ich zum beispiel südwestrundfunk 1 also es wäre eins empfangen stehe ich mit einem normalen dhb gerät in bad weitsee und fahrer nach konstanz werde ich empfangsschwierigkeiten haben denn ich muss den sendemast wechseln und da diesen automatischen wechsel macht einen dhb gerät nicht ich muss dann trotz dhb umschalten aber wenn ich ein dhb plus gerät habe das wechselt dann von einem sendemast zum anderen und für konstanz ist zum beispiel ein anderer sendemast zuständig als für bad weitsee und da wechselt ein dhb plus gerät automatisch und das kann dieses kenwood gerät und zwar sogar sehr gut dann ist der nächste punkt man kommt in situationen rein denn dhb ist nicht ganz lückenlos man verlässt ein bundesland kommt ins andere bundesland und die sender finden keinen ersatz sender das macht hier das kenwood radio nach gewissen kriterien die man vorab einspeichern kann was man hören möchte welche art von musik man hören möchte oder berichterstattung und dann sucht das das kenwood radio automatisch einen passenden sender den man dann aber auch wieder hin und her schalten kann und dann gibt es auch noch die problematik mit störungen das heißt der dhb empfang ist nicht hundertprozentig abgedeckt wir haben vielleicht eine abdeckung ich kann es jetzt nur unverbindlich sagen so um die 90 95 prozent auf autobahnen sollte er vollständig sein aber ist es nicht und da hat das kenwood gerät eine besonderheit ist schaltet nämlich auf fm also auf den analogen sende bereich und empfängt analog das radioprogramm und gleicht es daraus als ob das gerät merkt dass dhb plus nicht richtig funktioniert und schaltet dann auf fm und dann bekommt man eben über die ukw sender über das analoge die musik eingespielt und jetzt ist die problematik dass die analoge musik immer etwas zeitversetzt ist zur digitalen musik also ihr merkt es auch wenn wir am fernseher mal anschaut und zwischen einer satelliten antenne und einer kabel antenne hin und her switcht oder zwei fernseher anschließt der eine mit antenne und der andere am kabel dann merkt ihr dass hier ein paar sekunden verzögerung ist und so ist es beim radio genauso und dieses kenwood gerät hat hier einen puffer eingebaut das heißt dieser puffer erkennt genau jetzt ist fm etwas verzögert das heißt er muss dann dhb etwas vorziehen und das ganze greift dann so dass man nichts davon merkt während der fad das können wir bestätigen bis auf eine ausnahme wir waren bei hamburg und da hat das ganze nicht so hundertprozentig funktioniert ich habe daraufhin auch mit der firma kenwood telefoniert und hat es geheißen dass da tatsächlich noch ein bisschen nicht hundertprozentig das ganze funktioniert woran das auch immer liegen mag aber das ganze hat sich dann in der form ausgewirkt dass wenn man ein lied gehört hat dass sich dann irgendwann mal nach drei sekunden das ganze wiederholt hat also ein satz wurde dann zweimal gesagt aber das war in hamburg die einzige störung wir sind mehrmals durch deutschland durchgefahren und da gab es solche probleme an sonst keiner stelle nur südlich von hamburg war das der fall dann komme ich als nächstes zur rückfahrkamera die ist ja ganz ganz wichtig und man kommt hier sehr schnell auf die kamera drauf und da sieht man schon hier was sie anzeigt wir haben drei kameras verbaut das ist also die kamera nach unten und das ist die kamera fürs abwasser und das ist die rückfahrkamera die schaltet sich sehr schnell um und die rückfahrkamera schaltet sich auch automatisch ein wenn ich den rückwärts kann einlegen und wie schnell das funktioniert das möchte ich euch jetzt mal zeigen wir schalten jetzt hier auf navigation dann muss ich die zündung anmachen und den rückwärts kann einlegen und schon haben wir das bild also müssen vielleicht nur von oben fotografieren von hier dass das ist wie ich den gang einleg also hier lege ich jetzt den gang ein und zack ist das bild schon da also das geht ruckzuck und und das in einer sehr guten qualität wir haben dieses gerät leihweise von der firma kenworth zur verfügung gestellt bekommen und das gerät wurde von einem betrieb eingebaut der allerdings nicht sehr viel erfahrung mit wohnmobilen hatte und deswegen hat die rückwärtskamera nicht richtig funktioniert wenn ihr an diesem gerät interessiert seid wir tun unten in der infobox blenden wir ein wie ihr da in kontakt mit der firma kenworth treten könnt aber wir raten dringend davon ab das in eigenregie einzubauen sondern hier sollte nur ein spezialist dran denn bei uns war die problematik gegeben dass die rückwärtskamera nicht richtig funktioniert hat und es hat sich dann schlussendlich herausgestellt dass hier die auflösung so stark ist dass dieses gerät einen verstärker braucht ab einer gewissen fahrzeuggröße und unser wohnmobil ist 7 meter 50 lang das heißt das kabel geht 7 meter 50 nach hinten und auch wieder 7 meter 50 zurück und das schafft es nicht ohne verstärker zumal bei uns auch drei kameras an dem gerät dran hängen also wir sind der meinung ganz wichtig hier muss eine spezialfirma ran die mit wohnmobilen versiert umgehen kann mit der elektronik und dann funktioniert es auch selbst hand anlegen würde ich nicht aber ansonsten sind die steckverbindungen genau die gleichen wie sie es bei jedem radioaustausch sind optisch schaut das gerät ohnehin sehr schön aus lässt sich einwandfrei bedienen und wir kommen damit sehr gut zurecht also wir haben das ganze jetzt als werbevideo deklariert weil wir das gerät von der firma kenwood zur verfügung gestellt bekommen haben und weil es uns da auch eingebaut wurde aber wir schreiben uns trotzdem auf die federn dass es eine objektive rezension war ja wir haben euch das vorgestellt so wie wir das empfunden haben mit dem gerät wir sind zufrieden die garmin software macht einen ordentlichen job das DAB plus funktioniert sehr gut wobei wir sagen müssen bei uns gibt es kein antennenproblem hymer hat eine sehr gute antenne verbaut wie wir von mehreren stellen gesagt wurde wenn empfangsschwierigkeiten da sind dann kann es auch an der antenne liegen am kenwood liegt es auf jeden fall nicht ja und die rückfallkamera das habt ihr selber gesehen eventuell muss man einen verstärker einbauen aber sie funktioniert schnell und sie funktioniert in einer sehr guten und hohen auflösung wir können das gerät empfehlen die kontaktdaten zur firma jvc kenwood die tun wir in die infobox unten reinschreiben und wenn ihr interesse daran habt dann macht euch einfach kundig aber wie gesagt noch mal unser tipp sucht euch einen einbaubetrieb der dann auch die garantie für seine arbeit übernimmt selbst würde ich da nicht hand anlegen weil es einfach schon ein bisschen in die elektronik eingreift das war's ich hoffe das hat euch gefallen diese vorstellung die ursi nickt immer im hintergrund ihr seid zu meiner meinung mit radio ist immer zufrieden und das ist der ursi das wichtigste navigation funktioniert auch gut wenn es euch gefallen hat dann lasst einen daumen da und eure meinung dazu interessiert uns natürlich auch vielleicht macht man dann noch einen nachtrag und ergänzend fragen und antworten zu diesem video wir sehen uns beim nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal